Ganz klar, es geht hier um eine politische Kampagne. Der Aiwanger ist zu beliebt. Er spricht die Themen an, die den anderen vielleicht wie Salz in der Wunde liegen. Und das muss natürlich ausgebremst werden. Aber von wem stammt die Info? Wer hat die Info gegeben? Das kam heute, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber dass ein Lehrer in Missachtung von sämtlichen Dienstbeamtenpflichten das an die SZ durchgesteckt hat. Und wenn das wirklich so stimmt, dann hieße das ja auch, dass die SZ ihren eigenen Informanten vor den Bus wirft. Und das ist auch unabhängig. Also das ist vielmehr ein SZ-Skandal als ein Aiwanger-Skandal.